Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem zweiten Vortrag über das Thema Sabbat. Beim ersten Thema hatten wir ja über die Geschichte des Sabbats nachgedacht und uns angeschaut, wieso der Sabbat in der Bibel von der Schöpfung über die ganze Geschichte des Volkes Israel bis zu Jesus und auch bis zur heutigen Zeit gehalten worden und von der Bibel her bestätigt wurde und dass der Sabbat nachher in den Sonntag verändert worden ist durch die Kirche im Mittelalter. Heute haben wir wieder ein Thema. Heute ist das Thema der Segen des Sabbats. Warum braucht jeder einen Ruhetag? Ich darf Sie herzlich einladen, dass wir zu Beginn zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir heute Abend wieder zusammen sein dürfen, dass wir uns Gedanken machen können über dich, über dein Wesen, über deinen Charakter und über deinen Sabbat, den du uns geschenkt hast. Wir danken dir, dass du mit diesem Sabbat einen großen Segen verbunden hast und dass wir diesen Segen spüren und erleben dürfen. Wir bitten dich, dass du heute Abend mitten unter uns bist, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Gedanken und dass wir deine Schönheit und die Schönheit deines Sabbats heute Abend erkennen können. In Jesu Namen. Amen. Ja, der Segen des Sabbats. Sabbat halten ist gar nicht so einfach. Denn in der Bibel steht einiges drin, was man tun sollte, was man nicht tun sollte und wie es optimal ist. Es gibt eine ganze Reihe Hinweise und auch Prinzipien, die wir uns heute Abend auch anschauen wollen. Ich als Pastor versuche auch immer wieder, den Sabbat, um Sabbat zu ruhen. Aber es ist gar nicht so einfach. Warum? Weil ich ja am Sabbat sehr viel zu tun habe. Da ist der Gottesdienst, da sind Nachmittagsveranstaltungen, Jugendstunde oder Seminare, Bibelstunden, Hausbesuche, Missionseinsätze und was auch alles noch so da ist. Und deswegen ist es so, dass ich mir am Montag meinen freien Tag immer nehme. Und es ist manchmal auch gar nicht so einfach, den freien Tag immer zu nehmen. Wir leben in einer Zeit heute, wo so viel Hektik und so viel Trubel ist und so viel Stress ist und so viel Druck da ist im Arbeitsleben. Und teilweise auch im privaten Bereich. Und es ist nicht einfach, den Montag immer freizuhalten von den ganzen Terminen, die man hat und von den ganzen Dingen, die man erledigen muss. Und manchmal muss man sich extra schauen, dass man sich die Zeit nimmt dafür. Und wenn ich mit meinem Praktikanten oder mit meinem jungen Jungprediger-Kollegen zusammen bin und wir haben immer dienstags-morgens Arbeitsbesprechungen, dann frage ich öfter mal, was er denn am Montag, wir haben montags meistens alle unseren freien Tag, was er denn am Montag so gemacht hat. Manchmal erzählt er dann, naja, ich habe gestern noch so viel zu tun müssen, ich habe so viel zu tun gehabt und ich habe noch das und das erledigen müssen und der halbe Tag ist eigentlich für dienstliche Sachen draufgegangen. Und dann muss ich manchmal schimpfen, muss ich sagen, nein, das ist nicht gut. Warum? Wenn man auch noch den freien Tag nimmt, um auch dienstliche Dinge zu tun. Und irgendwann ist der ganze Freitag auch noch nur mit dienstlichen Dingen voll und irgendwann hat man sieben Tage die Woche rund um die Uhr nur noch Hamsterrad. Und irgendwann geht man dabei drauf. Irgendwann kommt man in Burnout oder in Erschöpfung oder irgendetwas anderes. Deswegen sage ich dir manchmal, ich sage dir hier, ich verbiete dir am Montag zu arbeiten. Du musst den Montag freinehmen für deine Familie, für dich selbst, dass man mal irgendwo hinfährt, was Schönes macht mit der Frau oder auch mit der Familie. Das ist ganz wichtig. Und so ist es auch mit dem Sabbat und uns. Weil Gott weiß, wenn er den Sabbat nur als ein Tag, ein Angebotstag machen würde, wenn er nur sagen würde, naja, wenn du willst, hier, ich habe dir ein Angebot, einen Tag in der Woche darfst du ruhen. Aber dann weiß Gott genau, wenn es nur ein Angebot ist, dann sagen viele Menschen, hurra, wunderbar, das nehme ich gerne. Aber wenn der Stress kommt, wenn Druck kommt, dann machen sie doch nicht frei. Und deswegen hat Gott beim Sabbat nicht gesagt, wenn du willst, darfst du gerne, sondern Gott sagt, du sollst. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Das heißt also, Gott verbietet uns, am Sabbat zu arbeiten. Warum? Weil er weiß, dass wir doch dazu geneigt sind, am Sabbat, wenn es sein muss, wenn Druck kommt, den Sabbat nicht zu halten. Deswegen sagt Gott uns, hier, es ist nicht nur etwas Schönes, es ist auch ein Gebot, dass wir auch so ein wenig Druck dahinter haben, dass wir den Sabbat wirklich frei machen. In der heutigen Zeit ist es so notwendig, dass man auch immer wieder zur Ruhe kommt. Wir werden uns heute Abend verschiedene Bereiche des Sabbats anschauen, verschiedene Schwerpunkte, was der Sabbat für eine Bedeutung hat, für uns persönlich. Der erste Punkt ist, der Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Und Ruhe heißt, dass wir einfach auch ausruhen. Und es ist einfach nur mal so, dass Gott uns verschiedene Ruhezeiten gegeben hat. Und wir haben ungefähr 16 Stunden tagsüber zum Wachsein und 8 Stunden zum Schlafen. Wir haben einen Wechsel zwischen Arbeit und unsere täglichen Dinge zu erledigen und Schlafen. Einmal pro Tag 16 Stunden und 8 Stunden. Dann haben wir diesen Wechsel zwischen Arbeiten und Ruhen in dem Wochenzyklus. 6 Tage Arbeiten, 1 Tag Ruhen. Der siebte Tag. Dort sollen wir ruhen am Sabbat. Und wir haben diesen Wechselzyklus zwischen Arbeiten und Ruhen auch im Jahreszyklus. Wir haben heute, dass wir arbeiten und dann haben wir auch Urlaub. Ich weiß nicht, wie viele. Ich gehe nach dem, wo sie gerade arbeiten. Drei Wochen, vier Wochen oder fünf Wochen. Und es war damals übrigens das Gleiche. Die Israeliten hatten auch Urlaub. Oder es hieß damals nicht Urlaub, sondern die hatten Jahresfeste. Und zu diesen Jahresfesten mussten alle männlichen Israeliten dreimal im Jahr mindestens nach Jerusalem pilgern und dort mitmachen. Und das waren insgesamt, zusammengerechnet, schon ungefähr zweieinhalb bis drei Wochen, die sie dann auch Urlaub hatten. Also auch damals hat Gott diesen Wechsel zwischen Arbeiten und Urlaub auch gesehen und gefordert und auch befohlen. Und hier haben wir dieses Sabbatgebot. Im zweiten Mose 20, Verse 8 bis 11 heißt es, Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heilig ist. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht deinen Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt wohnt. Deine sechs Tage hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbatstag und heiligte ihn. Hier haben wir noch mal im letzten Teil dieses vierten Gebotes, haben wir noch mal die Begründung für den Sabbat. Weil Gott die Welt in sechs Tagen gemacht hat und am siebenten geruht hat, deswegen sollen wir auch am Sabbat ruhen. Also der Sabbat ist ganz klar, hat einen Rückverweis, eine Rückbesinnung auf die Schöpfung. Uns hier steht auch wieder, was Gott am Sabbat gemacht hat. Gott hat am Sabbat geruht, und deswegen sollen wir auch ruhen. Uns, er hat den Tag gesegnet und er hat ihn geheiligt. Geheiligt heißt, dass er ihn abgesondert hat für ihn. Und gesegnet heißt, dass er die Menschen, die den Sabbat halten, ihnen einen Segen gibt, dass sie diesen Segen spüren und erleben. Übrigens, dieses Gebot sagt nicht nur, dass wir den Sabbat heiligen sollen, am Sabbat ruhen sollen, sondern das heißt auch, dass wir sechs Tage arbeiten sollen. Hier steht, sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Deswegen, das ist auch ein Arbeitsgebot, dass wir sechs Tage arbeiten sollen. Und es ist auch gut so, denn Arbeit ist etwas, was uns Menschen gut tut. Müßiggang ist nicht gut für den Menschen. Natürlich ist zu viel Arbeit auch nicht gut. Wir müssen immer so eine ausgewogene Balance haben zwischen Arbeit und auch ausruhen. Und deswegen sagt Gott, an diesen sechs Tagen sollst du das tun, was du für richtig hältst, für dein Werk, deine Werke tun. Das heißt, was wir für den Beruf brauchen, was wir für unsere Hobbys brauchen, für unsere Freizeit, für das Einkaufen und für unser Haushalt und was das alles noch dazu braucht. Aber am siebten Tag, da heißt es, ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Das heißt, der Sabbat ist dafür da, dass wir am Sabbat ausruhen. Dass wir einfach zur Ruhe kommen. Natürlich ist es auch nicht gut, wenn man in der Woche zu wenig schläft und dann am Sabbat nur dazu benutzt, um den Schlaf nachzuholen. Das ist auch nicht so günstig. Aber dass man am Sabbat mal auf andere Gedanken kommt, dass man am Sabbat mit Gott Gemeinschaft hat, mit seinem Wort, mit anderen Freunden und über Gottes Wort reden kann, in der Natur sein kann. Das heißt, dass der Sabbat ein Tag ist zum Entspannen. Ein Tag, wo man mal aus der Hetze herauskommt. Deswegen, der Sabbat ist eigentlich, man kann sagen, jede Woche ein kleiner Urlaubstag. Und Gott möchte, dass wir ausspannen. Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger als je zuvor. In der heutigen Zeit wird auch im Arbeitsleben immer mehr verlangt von den Menschen. Ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren, da hat Ackermann, damals noch der Chef der Deutschen Bank, mal gesagt, das war so im Februar rum, wir haben im letzten Jahr 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht und wir werden 15.000 Leute entlassen, damit wir in diesem Jahr noch mehr Gewinn machen. Früher war es so, wenn ein Unternehmen Gewinn gemacht hat, dann haben sie mehr Leute angestellt, weil ja mehr Arbeit angefallen ist, weil sie ja größer geworden sind, expandiert sind und dann haben sie mehr Leute angestellt und dann ist die Arbeitslosigkeit dadurch gesunken. Das ist seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr so. Warum nicht? Weil jetzt die Firmen, selbst wenn sie Gewinne machen, weitere Arbeitsplätze abbauen und dass dann natürlich die Leute, die dann noch zurückbleiben, die Arbeit von anderen noch mitmachen müssen. Natürlich kann man auch manches wegrationalisieren oder auch durch Verstandkungsprozesse auch besser machen, aber sehr häufig müssen die anderen Mitarbeiter die Arbeit von denen, die entlassen werden, mitmachen. Und wenn man sie dann fragt, wenn ich mal so frage, wenn es in seinem Betrieb passiert, dann frage ich ja, hast du denn vorher schon irgendwo in der Ecke gesessen und zwei Stunden Däumchen am Tag gedreht, dass du auf die Arbeit gewartet hast? Nein, im Gegenteil, ich war vorher schon bis über beide Ohren in der Arbeit versunken. Und dann versucht man diese Arbeit, die noch mehr anfällt, weil die anderen entlassen worden sind, den anderen noch aufzudrücken und die Menschen müssen immer mehr, immer mehr leisten, immer weniger Zeit. Und die werden ausgequetscht wie eine Zitrone, kann man sagen. Und dann ist es klar, dass die Menschen irgendwann ausbrennen. Viele nehmen sich noch Arbeit, bin ich nach Hause, um das zu schaffen. Oder viele haben auch einen Job, wo sie nicht genug verdienen, wo sie einen zweiten Job noch annehmen müssen. Und dann wird es erst recht schwierig, wenn ich zwei Arbeitsplätze brauche, um überhaupt leben zu können von dem Einkommen. Deswegen sagt Gott, einen Tag in der Woche mal so richtig ausspannen. Entschleunigen Sie Ihr Leben. Es gibt einige Bücher, zum Beispiel Simplify Your Life oder andere Bücher, die uns sagen, weniger ist mehr. Manchmal ist es gut, auf etwas zu verzichten, um damit mehr Qualität im Leben zu haben. Und dass man einfach mal langsamer macht und dadurch auch mal einfach abschaltet und einfach mal zur Ruhe kommt. Das braucht unsere innere, unsere Seele, unser Innerstes braucht das. Sammeln Sie Kraft in der Ruhe. Und am besten kann man diese Kraft sammeln in der Ruhe mit Gott und bei Gott. Im Gebet, in der Gemeinschaft mit ihm. und auch mal einfach nur aus dem Alltagstrott heraus. Entfliehen Sie der Hektik. Und das kann Verschiedenes sein. Das kann Hektik sein, Druck sein, von Krankheiten, von der Familie, vom Arbeitsplatz oder andere Termine und Dinge, die wir uns aufgeladen haben. Wenn Gott uns den Sabbat gibt, dann macht er das nicht, um uns ein Gebot zu geben und uns noch eine neue Last aufzulegen, sondern Gott will dein Glück. Gott will, dass es dir gut geht. Und deshalb hat er dir den Sabbat gegeben. Den Sabbat ist ein Tag der Ruhe, wo wir ruhig, Ruhe werden, ruhig werden können, uns entspannen können, wo wir in der Nähe, in der engen Beziehung mit Gott zur Ruhe kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf, mein Joch, und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wenn wir zu Jesus kommen, bei Jesus sind, dann finden wir Ruhe für unsere Seelen. Deswegen ist der Sabbat ein Tag, wo wir mit Gott eng verbunden sind und bei Jesus sind und dadurch, dass wir bei Jesus sind, finden wir auch Ruhe. Innere Ruhe. Äußere Ruhe und innere Ruhe. Gott will dein Glück. Der Sabbat ist auch ein Tag der Familie. In der heutigen Zeit ist es auch oftmals so, dass die Familien irgendwie unter Druck geraten. Es gibt zwei Dinge, die wir von der Schöpfung her heute und immer noch haben. Das ist die Ehe, die Familie und der Sabbat. Gott hat im Garten Eden die Ehe gestiftet. Er hat Adam und Eva zusammengeführt und sie waren das erste Ehepaar. Gott war der Standesbeamte. Und deswegen ist die Ehe etwas, was besonders auch heute noch wichtig ist. Es ist die Grundlage, die Keimzelle der Gesellschaft. Eine Gesellschaft kann nur so gut sein, wie die Summe aller Ehen und Familien untereinander. Und wenn die Ehen kaputt gehen, dann geht die Gesellschaft kaputt. Deswegen versucht Satan gerade die Ehe und den Sabbat anzugreifen. Genau die beiden Dinge, die wir aus dem Paradies heute noch übernommen haben. Denn Sabbat als ein Tag der Ruhe und die Ehe als eine Institution, auch wo man zur Ruhe findet, wo man Identität hat, wo man eine Heimat hat, wo man Menschen hat, die ein lieben, wo man zusammengehört. 2. Mose 20, Vers 10. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd. Interessant, dass Gott hier in diesem Gebot extra die ganzen Familienangehörigen aufzählt. Und dadurch, dass er sagt, da soll niemand arbeiten, heißt das, alle haben Zeit, die ganze Familie hat Zeit füreinander. Zeit für Gott und Zeit füreinander. Denn wenn hier stehen würde, du sollst nicht arbeiten, aber deine Kinder und deine Frau und deine Knechte und Magde, die können ruhig weiter für dich arbeiten. Nein. Alle. Alle, für die ich verantwortlich bin, für die ich Verantwortung habe, sollen am Sabbat nicht arbeiten. Das heißt, auch die Kinder sollen am Sabbat nicht zur Schule gehen. Sie sollen am Sabbat mal frei haben vom Lernen, vom Unterricht. Deswegen sollte man am Sabbat auch schauen, dass man als Familie irgendetwas am Sabbat auch gemeinsam tut. Dass man am Sabbat etwas unternimmt. Ob das jetzt draußen ist, in der Natur, irgendetwas Spannendes, mit dem Fahrrad ein bisschen rausfahren oder ein bisschen laufen, spazieren gehen oder im Wald etwas unternehmen. Gerade wenn die Kinder manchmal so ein bisschen zu Alter haben, ist es gut, wenn sie irgendwas entdecken können draußen im Wald, wenn sie eine Aufgabe haben. Oder wenn es regnet und ein schlechtes Wetter ist, ist, dass man auch drinnen irgendwas Gutes machen kann. Sich über die Natur, über die Bibel unterhalten kann oder über andere Dinge. Der Sabbat ist ein Tag der Familie. Und ich erinnere mich noch, als ich noch Kind war, mein Vater ist ja auch Prediger, Pastor. Und der, wie es als Pastor nun mal so ist, der hat auch wenig Zeit gehabt. Als Pastor manchmal halt oftmals mehr zu tun, als man schaffen kann und bleibt immer irgendetwas liegen und dann versucht man dem hinterher zu kommen. Aber einmal hat er eine Entscheidung getroffen, das fand ich sehr gut. Da hat er gesagt, ich werde einen Tag in der Woche, das war glaube ich der Mittwochabend damals, als Familientag zu Hause sein. Und dann war es immer so, dass er dann Mittwochabends da zu Hause war und dann konnten wir als Kinder immer reihum aussuchen, was wir an dem Abend machen. Ob wir ein Spiel machen oder irgendwas anderes zusammen machen. Und das ist etwas was Besonderes, wo wir als ganze Familie dann geschaut haben, dass wir alle an dem Abend keine anderen Termine haben und dass wir alle an dem Abend zusammen etwas unternehmen und zusammen etwas tun können. Und er war es am Freitagabend, das war einmal schön auch, Freitagabend war immer Familienabend, der Sabbat Anfang. Sabbat Anfang ist etwas ganz Besonderes, wenn dann das Haus geputzt ist und alle Vorbereitungen, Sabbatvorbereitungen fertig sind und früher gab es bei uns manchmal Linsensuppe immer am Sabbat und dann hat meine Mutter am Sabbat Freitagnachmittag man sich Linsensuppe gekocht und dann roch das Haus schon so nach Linsensuppe und das war dann so ein bisschen, dass man schon merkte und wusste, jetzt ist bald Sabbat. Und wenn es dann dunkler wurde draußen und die Sonne unterging, dann haben wir meistens ja mit Kerzen so ein bisschen mit Kerzen gespielt. Wir hatten dann immer Kerzen angezündet, aber wenn denn die Kerzen klein geworden sind, haben wir die Stummeln immer benutzt und haben mit den Stummeln noch irgendwie mit Kerzenwachs dann irgendwie noch neue Kerzen und neue Dinge gebaut und gemacht und das war immer so etwas Gemütliches und dann haben wir natürlich jeden Freitagabend, Sabbat Anfang, immer ein Sabbat Anfang Andacht gemacht. Das lief so ab, beim Essen hatte man dann schon irgendwie auch gutes Geschirr stehen und auch vielleicht eine gute Tischdecke auf dem Tisch liegen und da gab es irgendwas Besonderes, ein Brötchen oder irgendetwas, was dann als Besonderes galt oder eine Sabbat-Überraschung vielleicht auch, irgendein kleines Geschenkchen und dann, dann hatten wir dann die Sabbat Anfang Andacht. Das heißt, da haben wir zusammen gesungen, Lieder gesungen und dann haben wir aus dem Buch Menschen Gottes Hand oder auch aus anderen Büchern, als wir älter wurden und anderen Büchern haben wir dann zusammen Geschichten gelesen oder auch erzählt bekommen und dann haben wir, ja und das war immer etwas, wo man so zur Ruhe gekommen ist, wo die Familie zusammen war und ja, wo die Familie einfach sich getroffen hat. Mindestens einmal die Woche, Freitagsabends. Da hat man Freitag auch keine auswärtigen Termine gehabt und das war dann immer auch sehr, sehr schön. So ein richtiger Familienabend, Sabbat Anfang. Ich denke, es sollte auch heute noch so sein, dass wir den Sabbat, Sabbat Beginn, als Familie gemeinsam starten können und zusammen sein können und gar das Geistliche, da wächst man zusammen und das ist wichtig für die Familie. Deswegen, der Sabbat ist ein Familientag, da soll niemand arbeiten, die ganze Familie. die Frage ist, was ist uns wirklich wichtig? Es gibt immer mehr zu tun, als wir es schaffen und es ist manchmal notwendig, zu überlegen, was mache ich jetzt und was mache ich nicht. Vielleicht kennen Sie dieses Rechteck. Es gibt Dinge, die sind wichtig und nicht dringend. Es gibt Dinge, die sind wichtig und dringend. Es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und nicht dringend und es gibt Dinge, die sind nicht wichtig und dringend. ganz links unten, die Dinge, die nicht wichtig sind und auch nicht dringend sind, die kann man gleich sein lassen. Die kann man gleich aussortieren, die muss man gar nicht machen. Wenn es weder wichtig ist noch dringend ist, soll man es wegtun. Es gibt oftmals viele Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringend. Das ist manchmal ein Problem, dass wir die Dinge vernachlässigen. Zum Beispiel, dass wir uns genug bewegen sollten, ein bisschen Sport machen. Das ist wichtig. Natürlich, sehr wichtig. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir irgendwann das merken, körperlich. Aber es ist nicht dringend. Wenn ich es heute nicht mache, okay, morgen bin ich deswegen gleich krank, nur weil ich heute mir nicht genügend bewegt habe. Aber es ist etwas, was wir langfristig, mittelfristig unbedingt brauchen. Deswegen müssen wir immer darauf achten, dass wir die Dinge, die wichtig sind und nicht dringend sind, dass wir sie doch irgendwo einbauen. Dann gibt es Dinge, die nicht wichtig und dringend sind. Irgendwelche Terminsachen. Ob das ein Bericht zu schreiben ist oder ob das Einkommenssteuererklärung ist, abzugeben oder was auch ist. Da gibt es irgendwelche Dinge, die sind eigentlich nicht so wichtig, meine eigene Priorität, aber die sind dringend. Und natürlich, im Endeffekt sind sie vielleicht schon wichtig, denn wenn ich das abgebe, die Steuererklärung, dann kann ich auch noch Geld bekommen dadurch. Aber es sind nicht so die Dinge, die jetzt unbedingt mein Hobby jetzt sind, jeden Tag da Steuererklärungen zu machen. Da muss man halt schauen, dass man von diesen Dingen nicht überrannt wird. Manchmal gibt es so viele Dinge am Tag, die nicht so wichtig sind, aber dringend sind. Und natürlich am wichtigsten ist, dass man die Dinge macht, die wichtig und dringend sind. Also wo man selbst eine hohe Priorität hat, wo man weiß, das hat große Auswirkungen, das ist ganz wichtig. Und die auch dringend sind, weil es irgendwo, terminlich irgendwo, jetzt gemacht werden muss. Übrigens, die Dinge, die wichtig und nicht dringend sind, wenn man die nicht macht, irgendwann werden sie dringend. Und dann sind sie wichtig und dringend. Und dann muss man sich auf jeden Fall machen. Deswegen besser, wenn man sich schon vorher ohne Stress macht, wenn sie noch nicht so dringend sind. Zum Beispiel, wenn mir meine Lohnsteuererklärung wichtig ist, weil ich da viel Geld bekomme, dann ist es im Januar, im Februar noch nicht dringend. Aber wenn ich Ende Mai abgeben muss und ich mache es nicht, ich mache es nicht. Und wenn es Mitte Mai wird und zum Ende Mai hingeht, dann wird es irgendwann dringend. Und wichtig auch, weil wenn ich es nicht abgebe, dann kriege ich das Geld nicht. Also deswegen, man muss dann immer überlegen, wie teile ich meine Zeit ein? Wofür nehme ich mir Zeit? Natürlich haben wir alle zu wenig Zeit. Aber gerade weil wir zu wenig Zeit haben, müssen wir überlegen, wofür setze ich die Zeit ein? Denn es gibt manchmal so Zeiträuber. Das heißt, so kleine Dinge, die uns Zeit stehlen. Ich habe gemerkt, zum Beispiel das Internet ist etwas manchmal, was mir Zeit stehlt, weil man manchmal im Internet irgendwelche Dinge surft und guckt und auf einmal, wenn man hier ein bisschen guckt und da ein bisschen guckt und auf einmal ist eine Stunde schon wieder um und man hat eigentlich das, was man wollte, gar nicht geschafft. Man muss gucken, wo gibt es diese Zeiträuber? Wo kann man sein Zeitmanagement verbessern? Und vor allen Dingen auch auf den Sabbat hin. Dass man den Sabbat genug vorbereitet, auch für die Familie vorbereitet, dass man Zeit für die Familie hat, dass man das Ausruhen am Sabbat, das ist wichtig, aber nicht dringend. Und da muss man sich bewusst dafür Zeit nehmen, dass ich sage, nein, heute ist Sabbat, heute tue ich alle anderen Dinge, die vielleicht noch zu dringend sind, zur Seite, die kann ich auch am Sonntag dann machen oder am Sabbatabend, nach Sabbatschluss und dass ich mir Zeit nehme für das wirklich Wichtige im Leben. Deswegen ist der Sabbat manchmal auch eine Möglichkeit, Stille zu halten, innezuhalten, über sein Leben nachzudenken und zu überlegen, wo stehe ich eigentlich gerade? Was mache ich jetzt eigentlich gerade? Wie nutze ich meine Zeit? Wie kann ich sie noch besser nutzen, effektiver nutzen? Das sind so Dinge, die man sich ab und zu mal fragen sollte und wozu der Sabbat durchaus gut geeignet ist. Wann haben Sie so richtig Zeit für Ihre Familie gehabt? Da muss man manchmal manche Dinge zur Seite tun, manche Dinge einfach mal liegen lassen. Das muss man auch können. Mal Dinge liegen lassen und nicht alles erledigen müssen und wollen. Am dritten Mose 23, Vers 32 heißt es, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Das heißt, der Sabbat beginnt am Freitagabend der Sonnenuntergang und geht dann die ganze Nacht, den ganzen Samstag hindurch bis Samstagabend Sonnenuntergang. Und Samstagabend Sonnenuntergang hört der Sabbat dann wieder auf. Das heißt, im Winter ist es schon sehr früh, um halb fünf stand schon wieder der nächste Tag. Am Freitag ist natürlich dann auch schon um vier oder halb fünf dann schon sehr früh Sabbat Anfang am Freitag und schon sehr früh auch wieder Sabbatschluss am Samstag. Aber das ist die Zeit, wo man einfach vom Freitagabend den Sabbat Anfang Andacht macht und auch am Sabbatabend dann wieder eine Sabbatschluss Andacht machen kann. Wenn man denn zu Hause ist, dass man sich zusammen hinsetzt, nochmal zusammen singt, gemeinsame Andacht hat und den Sabbat beschließt. Und Gott dankt für diesen Tag der Ruhe, der Gemeinschaft, der Familie und dass man wieder einen neuen Arbeitstag, eine neue Arbeitswoche willkommen heißt. Deswegen gerade Sabbat Anfang, Freitagabend und Sabbatschluss am Samstagabend. Es ist eine gute Gelegenheit mit der Familie hier auch diese Andachten zu halten und die Familie mit einzubeziehen. Deswegen Sabbat Anfang. Eine Andacht, die ganze Familie ist mit dabei, Kerzen, dass man ein bisschen auch, gerade wenn es dunkel wird, dass es auch ein bisschen schön und gemütlich hat, dass der Tisch schön gedeckt ist, ein besonderes Essen auf dem Tisch hat. Muss nur eine Kleinigkeit sein, man muss keinen großen Aufwand machen dafür. Dass man ein bisschen Atmosphäre einfach hat am Sabbat Anfang. Und das ist etwas, was die Kinder erfreut, was die Kinder Herzen höher schlagen lässt und was auch uns Erwachsenen gut tut. Gott will dein Glück. Gott will, dass es dir gut geht. Gott will, dass du gute Beziehungen hast mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann, mit deinen Kindern. Gott will, dass du genug Zeit hast für die Kommunikation. Manchmal ist es so, dass man so wenig mit seiner Frau, mit dem Ehepartner redet, am Tag, in der Woche. Das ist schon erschreckend. und am Sabbat kann man sich Zeit nehmen. Zeit nehmen, um auch qualitativ hochwertige, gute Zeit miteinander zu verbringen. Gott will dein Glück. Der Sabbat ist ein Tag der Beziehung mit Gott. Wir hatten gesehen, er ist ein Tag der Ruhe, er ist ein Tag der Familie und er ist ein Tag der Beziehung mit Gott. Und eigentlich ist das eines der wichtigsten Punkte vom Sabbat. Warum? Weil all die anderen Dinge, die wir in der Woche tun, die tun wir für uns, für unser Leben, damit wir leben können, damit wir Einkommen haben, damit wir unsere Interessen, unsere Hobbys ausleben können. Und am Sabbat geht es vor allen Dingen um Gott. Gott als Schöpfer, Gott als mein Erlöser, Gott als mein Freund, mein Helfer, Gott kennenzulernen, mit Gott eine Beziehung zu haben, die Beziehung zu pflegen. Beziehungspflege ist einfach wichtig. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu Gott, kann ich daran zeigen, indem ich seine Gebote halte. Und seine Gebote sind die zehn Gebote. Und die ersten vier Gebote zeigen, wie ich Gott lieben kann. Und die letzten sechs Gebote zeigen, wie ich den nächsten lieben kann, wie mich selbst. Und gerade das Sabbatgebot ist auch ein Gebot, wo wir zeigen können, dass wir Jesus lieben. Wenn wir den Sabbat halten und am Sabbat Zeit für ihn haben, dann ist das eigentlich ein, man kann sagen, wie eine Verabredung. Jesus verabredet sich mit uns und geht im Sabbat. Und wenn wir den Sabbat nicht halten, dann ist er traurig, dass er da war zur Verabredung, aber wir nicht da waren. Das ist genauso, wenn ein junger Mann und junge Frau befreundet sind und sie sehen sich ab und zu, sie wohnen woanders und sehen sich ab und zu und verabreden sich, wo sie sich beim nächsten Mal wieder sehen. Und beide freuen sich schon darauf, sich wieder zu sehen. Und dann machen sie ab, gut, wir treffen uns am Freitag um 18 Uhr. Was würde passieren, wenn die junge Frau um 18 Uhr Freitag da ist und der junge Mann kommt am Samstag um 18 Uhr und sagt, naja, ist doch auch 18 Uhr gewesen. Ist doch egal, welcher Tag das war. Nein. Es ist schon wichtig, dass man sie auch an die Regeln hält, dass man sie auch an das hält, was man verabredet hat, damit man auch zusammenkommt, damit man auch gemeinsam die gute Zeit verbringen kann. Und so sagt Jesus auch, dass er mit uns Zeit verbringen möchte, den Sabbat. Und jeder Sabbat ist der Tag, der Tag des Herrn, der Tag, den Gott uns gegeben hat als Gemeinschaft mit ihm. Das ist nicht der Sonntag und nicht der Freitag und nicht ein anderer Tag in der Woche, das ist der Sabbat, den Gott uns gegeben hat. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Was tat Jesus am Sabbat? Er ging in die Synagoge. Und zwar, hier steht wie gewohnt. Die Synagoge war übrigens damals, man würde heute sagen, der Gottesdienst. Er ging zum Gottesdienst und zwar regelmäßig. Hier steht nach seiner Gewohnheit. Das heißt, jeden Sabbat war er am Sabbatvormittag in der Synagoge, um dort Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort zu hören, Gottes Wort zu predigen, weiterzugeben, Gemeinschaft zu haben mit den anderen Gläubigen. Das ist wichtig. Und von daher, es ist auch für uns, denke ich, dass wir am Freitagabend den Sabbat beginnen mit einer Sabbatanfangandacht, dass wir als Familie zusammen sind, uns gegenseitig Gutes tun, Gutes sagen und dass wir am Sabbatvormittag dann zum Gottesdienst gehen. Wir brauchen unbedingt den Zusammenhalt, brauchen unbedingt die Nähe untereinander, die Hilfe untereinander. Paulus sagt im Hebräer, Kapitel 10, sagt er, und verlasst nicht unsere Versammlungen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und erbauen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Das heißt, dass es wichtig ist, dass wir je näher wie der Wiederkampf Jesu kommen, dass wir uns gegenseitig helfen, erbauen, stützen auf dem Weg zu Jesus. Ja, wir haben ja in den 10 Geboten die ersten vier Gebote, wo es um die Liebe zu Gott geht, die letzten sechs Gebote, wo es um die Liebe zum Nächsten geht. Und ich möchte jetzt einmal diese ersten vier Gebote ein wenig näher anschauen und aufzeigen, was diese vier Gebote, wie sie in Verbindung stehen mit unserer Beziehung zu Gott, mit unserer Liebe zu Gott und dass eigentlich die Gebote und die Beziehung zu Gott keine Widersprüche sind. Denn manche Christen sagen, naja, das eine ist die Liebe zu Gott und die Beziehung und das andere ist, die Gebote ist etwas Negatives, die Beziehung etwas Positives und die Gebote brauchen wir eigentlich nicht mehr. Aber ich möchte aufzeigen, dass das eigentlich das Gleiche ist, dass die Gebote die Liebe sind und dass die Liebe gleichzeitig auch die Gebote ist. Das erste Gebot. Dort heißt es in 2. Mose 20, Vers 2 und 3, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, hier stellt sich Gott erstmal vor, wer er ist. Bevor Gott von uns etwas erwartet, sagt er, wer er ist. Und wer ist er? Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und das Wort Herr, wenn es hier groß steht, steht im Grundtext J-H-W-H. Das ist Yahweh. Gott sagt hier, ich bin Yahweh, dein Gott. Er stellt sich vor, als der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, der Gott ihrer Väter, der Gott, den sie sich eigentlich schon kennen. Und er sagt auch, was er getan hat. Bevor Gott etwas erwartet von uns, sagt er, was er für uns getan hat. Nämlich er sagt, ich habe dich aus Ägypten, dann aus der Knechtschaft, herausgeführt. Und das war ja so ein gewaltiges Erlebnis, wie die Plage in Ägypten gekommen sind und wie dann die gläubigen Israeliten denn das mitbekommen haben und wie sie denn am Ende nach der 10. Plage ziehen durften und frei waren. Frei, ihr eigenes. Und sie haben sogar noch viele Dinge mitbekommen von den Ägyptern, Geschenke und Schmuck und andere Dinge, kostbare Gegenstände. Und dann auch am Toten Meer, am Roten Meer, wo sie dann von den Feinden wieder eingeholt wurden und die Ägypter sie wieder zurückholen wollten. Und wie Gott dann ihnen den Weg durch das Rote Meer gebahnt hat und sie den trockenen Fuß durchgehen konnten und die Ägypter alle im Meer umgekommen sind. Diese gewaltige Tat Gottes, das ist das, was er hier meint, was er hier sagt. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Gott hat seine Macht offenbart. Es ist oft so, je mehr wir an unsere Grenzen stoßen, je mehr wir nicht mehr weiter wissen in unserem Leben, desto mehr kann Gott sich offenbaren. Und Gottes Größe und Macht wird dadurch offenbart. Deswegen müssen wir nicht traurig sein und keine Angst haben, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir an Grenzen stoßen, die wir nicht bewältigen können. Dann können wir umso mehr beten und Gott kann seine Macht dann zeigen und offenbaren. Gott ist also derjenige, der uns erlöst hat. Und Ägypten steht auch symbolisch für die Sünde. Und damit sagt Gott hier auch für uns heute, denn er hätte uns ja nicht wirklich aus Ägypten geführt. Es sei denn, sie haben in Ägypten gewohnt. Aber das glaube ich, kann ich eher davon ausgehen, dass es nicht so ist. Aber Ägypten ist ein Symbol für die Sünde. Und wenn er sagt, ich habe dich aus Ägypten geführt, ich habe dich aus Ägypten befreit, dann sagt er damit, ich habe dich aus der Sünde befreit, ich habe dich erlöst. Jesus sagt, ich bin für dich gestorben, ich bin für dich am Kreuz gestorben, ich habe deine Sünde auf mich genommen, damit du frei sein kannst, damit du Vergebung haben kannst, damit du deine Sünde an mich abgeben kannst, dass du sie bekennen kannst und dass ich sie dir vergeben kann. Das ist das, worum es hier im ersten Gebot geht. Gott ist derjenige, der uns vergibt. Gott ist derjenige, der uns annimmt, der alles für uns getan hat, uns erlöst hat, bevor wir etwas überhaupt für ihn tun konnten. Und dann sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist eigentlich das eigentliche Gebot. Das erste ist nur die Vorstellung Gottes. Das ist das eigentliche Gebot, dass Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Heiden hatten oftmals viele Götter. Die hatten eine Vielgötterei. Dass sie gesagt haben, ich habe einen Gott für die Fruchtbarkeit, einen Gott für den Regen, einen Gott für den Intellekt und einen Gott für die Sexualität und für alles Mögliche, ein extra Gott. Aber Gott sagt, nein, ich bin der Einzige. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und damit sagt Gott, wenn du eine Beziehung zu mir eingehst, dann bin ich eifersüchtig. Ich möchte nicht, dass du anderen hinterherläufst. Genauso wie wenn man geheiratet hat, dann möchte die Frau auch nicht, dass man anderen Frauen hinterherguckt oder mit anderen Frauen anfängt zu flirten und anzubändeln und da irgendwelche Beziehungen zu beginnen. Nein. Wenn man verheiratet ist, dann hat man sich für eine Frau entschieden. Und das ist die Frau, für die man lebt, die man liebt und wo man nur noch Augen für sie hat. Und so sagt Gott auch, du sollst nur noch Augen für mich haben, sagt Gott. Die anderen Götter sollst du ablegen, sollst du zur Seite legen. Es gibt nur einen Gott, nur einen wirklich wahren Gott. Ich bin der einzige lebendige Gott. Und deswegen sagt Gott hier, ich möchte mit dir eine enge Beziehung haben. Ich habe für dich alles getan, dich zu erlösen. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn du auch dein Leben in meine Hände legst. Wenn wir eine enge Beziehung haben können, wenn wir ein Vertrauensverhältnis zueinander haben können. Wenn du neben mir niemanden anders mehr hast, sondern wenn wir gemeinsam leben können. So wie Mann und Frau zusammen leben, so können wir auch mit Gott zusammen leben. Und so wie die Hochzeit ein Bund ist, den man miteinander schließt, so ist auch die Taufe ein Bund, den wir mit Gott schließen und uns da auch damit nach außen hin zeigen, dass wir ihn lieben und mit ihm zusammen leben wollen. Das erste Geburt zeigt also unsere Hingabe an Gott. Gott fordert uns auf, dass wir uns ihm ganz hingeben. Und deswegen, wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte, dann heißt das, dass wir keine anderen Götter neben ihm haben, sondern dass wir ihn allein wählen und mit ihm allein reden und ihm allein vertrauen. Deswegen, erstes Gebot sagt, gib Gott den ersten Platz in deinem Leben. Das zweite Gebot, dort heißt es, du sollst dir kein Bildnis, sondern irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel noch von dem, was unten auf der Erde noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Müssetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. An den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Hier sagt Gott uns, dass wir uns keine Bilder machen sollen. Das heißt nicht, dass wir jetzt keine Fotos machen dürfen mit unserer Kamera, sondern es heißt hier, du sollst ja keine Bilder machen, nicht nur keine Bilder von Gott, sondern auch keine Bilder machen von anderen Dingen. Und zwar, wie sollen sie nicht machen, um sie nicht anzubeten. Das heißt, der Mensch neigt dazu, wenn er religiös irgendetwas verehrt, dass er auch das, was er verehrt, sehen möchte. Und deswegen haben die meisten Religionen auch irgendwelche Götzenbilder oder irgendwelche Gottesstatuen. Aber Gott sagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass ihr keine Bilder habt und nicht an Bildern hängt. Ich möchte, dass ich direkt mit euch kommuniziere, dass wir dann eine direkte Gemeinschaft haben und dass es auch ein Segen ist. Und zwar, die Begründung ist, dass Gott sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Das heißt, wenn Schuld aufgetreten ist, dass Gott diese Schuld durchaus, wie es hier steht, bis ins dritte und vierte Glied heimsucht. Das heißt nicht, dass die Schuld vererbt wird oder weitergeben wird. Im Hesekiel heißt es, dass der Sohn nicht die Schuld des Vaters tragen soll und der Vater soll nicht die Schuld des Sohnes tragen. Also mit anderen Worten, die Schuld trägt er für seine eigene Sünde. Aber die Folgen einer Sünde können weitergegeben werden. Wenn jetzt der Vater Haus und Hof versäuft oder verspielt, dann ist es klar, dass die Kinder keinen Hof mehr haben, dass sie ärmer sind, arm sind. Und in dem Sinne müssen die Kinder den Folgen leiden, die die Eltern auch in Sünde getan haben. Aber es ist nicht nur so, sondern es kann auch sein, dass es über die Erbfaktoren, dass auch man den Kindern gewisse Erbanlagen vererbt mitgibt. Und das hängt auch davon zusammen, dass da auch gewisse Vorlieben oder sündige Neigungen auch bis ins dritte und vierte Glied weitervererbt und weitergegeben werden können. Aber natürlich, die Verheißung ist auch da, dass Gott Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden. Das heißt jetzt nicht in tausend Generationen, sondern es ist tausenden gleichzeitig, von Menschen gleichzeitig leben. Dass Gott also die Zahl derer, an denen er Barmherzigkeit erweist, ist größer als die drei oder vier Generationen, wo auch Sünde eine Folge haben kann. Deswegen möchte Gott, dass wir ihn lieben und seine Gebote halten. Das ist das, was hier im zweiten Gebot steht. Das heißt, wir sollen uns keine eigenen Bilder von Gott machen. Das ist manchmal ein Problem, dass viele Christen und viele Menschen sich selbst ihren Gott ausdenken und sagen, so muss Gott sein und nur da irgendwo sich verrennen. Manchmal ihr Gottesbild sehr schief liegt. Entweder ist es ein Gottesbild, wo sie nur Gott als strafenden Gott sehen oder ein Gottesbild, wo sie Gott nur als liebenden Gott sehen und alles andere ausblenden. Es ist aber wichtig, dass wir den Gott, der Bibel, ganzheitlich erkennen und sehen und lieben. Deswegen im zweiten Gebot geht es um die Frage, erkenne Gott, wie er ist. Lerne Gott immer besser kennen und nehme ihn an, so wie er ist. Dass wir uns keine Bilder von ihm machen, weder jetzt rein materiell, aber auch nicht im Kopf. Dass wir bestimmte Bilder haben, wie wir glauben, wie er sein müsste, damit er so funktioniert, wie wir wollen. Aber das funktioniert nicht. Gott möchte nicht nach unserer Pfeife tanzen, sondern es ist andersrum. Wir sollen uns nach ihm ausrichten, nach seinem Willen ausrichten. Das erste Gebot sagt also, gibt Gott den ersten Platz in seinem Leben. Das zweite Gebot sagt, erkenne Gott, wie er ist. Nimm Gott so an, wie er ist. Das dritte Gebot. Zweite Mose 20, Vers 7. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was heißt denn Gottes Namen missbrauchen? Das heißt erstens, dass ich das Wort Gott oder Jesus ausspreche, ohne dass ich an ihn denke. Auch als wir hier in den Süden gezogen sind, dann haben viele Leute hier unten gesagt, grüß Gott. Und jetzt hier in Mannheim ist es nicht so üblich, aber weiter unten im Schwabenländle. Und da haben wir überlegt, was machen wir jetzt, wenn die Leute sagen, grüß Gott? Und das sagen sie ja, ohne an Gott zu denken oder an Gott zu glauben vielleicht sogar. Und dann haben wir gesagt, na, das machen wir nicht, sondern wir möchten nicht die Menschen dazu ermutigen, einfach gedankenlos Gottes Namen zu nennen. Und von daher, aber es heißt aber auch, dass wir nicht religiöse Macht über andere ausüben sollen. Das heißt, dass wir nicht im Namen Gottes auftreten und anderen vorschreiben, was sie tun sollen, sondern jeder ist selbst der Herr und Gott führt jeden Einzelnen persönlich. Deswegen, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Das heißt, dass wir Ehrfurcht vor Gott haben sollen, weil Gott heilig ist, weil Gott groß ist und dass wir auch diese Ehrfurcht vor ihm bekunden und zum Ausdruck bringen. Das hier der Gebot, das ist das Sabbat-Gebot. Ich habe hier nochmal einen Teil davon zitiert. Gedenke des Sabbat-Tages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Ja, also der Sabbat ist ein Tag, wo wir nicht arbeiten. Hier geht es einfach um die freie Zeit für Gott und mit Gott. Das heißt, Gott hat ja die Welt geschaffen und das Materielle geschaffen und er hat mit der Welt für uns auch die Zeit geschaffen, dass wir in der Zeit leben können und die Zeit für uns vorwärts geht und weiter geht und für uns wichtig ist. Und da ist natürlich der Sabbat als ein Mosaiksteinchen dieses Zeitgeschehens. Gott möchte mit uns Zeit verbringen, eine Beziehung zu uns haben und das besonders natürlich auch am Sabbat und mit dem Sabbat. Das heißt, die ersten vier Gebote drücken unsere Beziehung zu Gott aus. Und darum ging es in diesem Abschnitt. Der Sabbat ist ein Tag der Beziehung mit Gott. Dass wir hier immer wieder unsere Beziehung zu Gott stärken können, dass wir auftanken können für die Woche. Gott will dein Glück. Jesus möchte mit dir verbunden sein und er sehnt sich nach dir, mit dir zu reden, von dir zu hören. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für das Gebet, für das Bibelstudium, mit Jesus verbunden zu sein, an ihn zu denken, ihm vertrauen und mit ihm reden. Ja, der Sabbat ist also ein Tag der Ruhe, er ist ein Tag der Familie und der Sabbat ist ein Tag, haben wir gerade gesehen, der Beziehung zu Gott. Und viertens, der Sabbat ist ein Tag der Freude. Ja, Freude ist etwas Wichtiges, ist ein Teil der Frucht des Geistes. In Matthäus 2, Vers 27 heißt es, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das bedeutet, dass nicht Gott den Menschen geschaffen hat oder andersrum, Gott hat nicht den Sabbat geschaffen und hat gesagt, naja, muss ich mal gucken, dass ich Menschen schaffe, die jetzt auch meinen Sabbat schön erfüllen können. Nein, genau andersrum, Gott hat den Menschen geschaffen, zu seinem Bilde, ist eigentlich das höchste Schöpf in der Schöpfung gewesen und dass er dann gesagt hat, okay, was kann ich jetzt dem Menschen Gutes tun, dass er sich ausruhen kann und dass er auch veredelt wird. Deswegen hat er Gott den Sabbat eingesetzt, dass wir durch den Sabbat Gott näher kommen, Gott besser kennenlernen und auch auf einem guten Weg sind und von Gott geführt werden. In Markus 3 heißt es, Vers 1 bis 6, hat der Hoffnung für alle Übersetzung, als Jesus wie gewohnt zur Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner warst hätten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu beheilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Steh auf und komm, Herr, damit alle dich sehen können. Dann fragte er die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihm zugrunde gehen lassen? Und er bekam keine Antwort. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu dem Mann aber sagte er, schrecke deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Priester die Synagoge und strafen sich mit den Freunden und Anhängern des Königs Herodes. Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Interessant. Hier war ein Mann mit einer verdorrten Hand, mit einer verkrüppelten Hand und Jesus sieht den Mann und jetzt kennt er die Gedanken von den Pharisäern, weil die nämlich sagen, am Sabbat darf man nicht heilen. Das ist ja Arbeit. Aber interessant ist, Jesus schlägt mit ihren eigenen Waffen, nämlich laut dem jüdischen Gesetz gilt es auch als Sünde, wenn man jemandem helfen könnte, aber nicht tut. Und deswegen fragt Jesus ihn, sie, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Und das heißt, wenn er das Gute, was er hätte tun können, nicht getan hätte, hätte er damit das Gute nicht geschehen lassen und wäre damit schuldig geworden. Auf der anderen Seite ist es interessant, dass die Pharisäer, die Jesus anklagen, er würde den Sabbat übertreten, was er ja nicht gemacht hat. Was tun sie am Sabbat? Sie planen am Sabbat einen Mord. Sie überlegen, wie sie Jesus umbringen können, wie sie Jesus aus dem Weg schaffen. Das heißt also, dass wir hier, dass Jesus es hier zeigt, dass es durchaus ein Einklang ist, dass man am Sabbat Gutes tut für andere. Hier sage ich 58, Vers 13 und 14. Der Herr sagt, achte den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr euren Beschäftigungen nachgeht. Entweit ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe. Der Herr hat das gesagt. Interessant. Das ist ein wichtiger Vers hier. Hier sagt der Jesaja, er ruft uns dazu auf, dass wir den Sabbat halten sollen. Gerade im Vers davor sagt er nämlich, dass die Mauer wieder geschlossen werden soll, nämlich die Mauer im Gesetz. Und das heißt, dass das Gesetz, die zehn Gebote wieder hundertprozentig auch mit dem Sabbat gehalten werden sollen. Und deswegen sagt er, der Sabbat ist nicht eine Last, sondern ein Anlass der Freude. Das heißt, wenn wir den Sabbat richtig begehen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir mit Jesus Gemeinschaft haben, wenn wir uns Zeit nehmen für ihn und für die Familie, dann wird der Sabbat etwas sein, worauf wir uns schon freuen. Wo wir merken, das tut uns gut, das hilft uns, aussehlichend zu sein, mit Jesus zu leben, ihn in unserem Herzen zu haben. Aber er sagt auch, was wir tun sollen, nämlich, wir sollen nicht am Sabbat unsere Beschäftigungen tun, das heißt, unsere Hobbys. Auch nicht reisen, das heißt, wenn man eine Urlaubsreise macht, sollte man am Sabbat nicht anreisen, sondern man soll am Freitag oder am Sonntag oder einen anderen Tag in der Woche reisen oder Arbeit oder andere Geschäfte. Man sollte also auch nicht am Sabbat einkaufen gehen oder etwas verkaufen oder etwas kaufen oder auch im Internet kaufen. Man sollte am Sabbat einfach ruhen, das einfach zur Seite tun. Und deswegen, und wenn wir das tun, wenn wir diesen Rahmen beachten, dann, sagt Christus, wird er selbst die Quelle unserer Freude sein. Möchten wir das? Natürlich, dass Jesus mehr und mehr in unserem Leben Gestalt gewinnt, dass er mehr und mehr unser Leben durchdringt und dass wir mit ihm leben und dass wir in ihm Frieden haben und Freude haben und dann steht hier über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Ist so eine schöne Verheißung. Dass wenn es Schwierigkeiten gibt, dass Gott uns über diese Schwierigkeiten hindurch führt und darüber triumphieren lässt. Das kann nur Gott in uns und durch uns tun. Ja, deswegen, der Sabbat ist ein Tag, wo wir Gottgemeinschaft haben, ein Tag, wo wir auch Zeit haben füreinander und auch für das Wesentliche im Leben. Gott will dein Glück. Er möchte, dass du jeden Sabbat genießen kannst, dass du an jedem Sabbat Gemeinschaft hast mit Gott, mit anderen Menschen, die jetzt nachfolgen. Der Sabbat ist auch ein Tag der Natur. Die Natur ist etwas, wo wir Gott näher kommen. Und der Sabbat ist ja natürlich geschaffen worden am Tag bei der Schöpfung. Und die Schöpfung hat Gott wunderbar gemacht. Und wenn wir heute in die Natur reinschauen, dann sehen wir, dass vieles sich schon verändert hat und kaputt gegangen ist. Aber immer noch ist die Natur wunderschön. Hier so ein kleiner Pilz, der hier auf der Wiese wächst. Oder hier so ein schönes schöner See und einfach die Natur ist wunderbar. Wenn wir Stress haben, wenn wir uns erholen wollen, dann fahren wir nicht irgendwo dahin, wo laute Musik ist und wo Lärm ist vom Presslufthammer und wo wir nur auf Häuser schauen, sondern man geht dorthin, wo man Vogelgezwitscher hört, wo man einen Bach plätschern hört oder wo man Blätter rauschen hört oder Meeresrauschen oder auf einem Berg, wo man die Natur sehen kann. Das tut uns gut, dass wir in der Natur sind. Übrigens, wir sollten nicht nur in der Natur rausgehen, zum Laufen, Spazieren gehen und Wandern, sondern wir sollten auch dort wohnen. Denn wir sollten auch, wenn wir aus dem Zimmer, aus dem Fenster rausgucken, sollte man auch auf das schauen können, was Gott gemacht hat. Auf das Gute, auf das Positive. Auf den Wald, auf Wiesen, auf Bäume und nicht auf das, was Menschen gemacht haben. Das ländliche Wohnen, das ist einfach so wichtig. Und wenn man in der Natur rausgeht, dann kann man staunen. Man kann bewusst manches wahrnehmen, ob das jetzt wie hier ist auf dem Bild, einen schönen Ausblick oder auch Tiere, mit denen man zusammen ist, die man füttert oder die man streichelt. Man kann sich auch mit Gott unterhalten einfach. Das Meer ist natürlich immer wieder herausfordernd und immer wieder wunderbar und faszinierend. Ich glaube, nichts auf dieser Welt fasziniert Menschen mehr als das Meer. Die Sehnsucht der Weite, der Größe. Und daran kann man die Größe Gottes wiedererkennen. Gott ist größer als das gesamte Meer und es ist wirklich, was Gott geschaffen hat. Wenn man schon sehen kann, wie gewaltig das Meer ist und dann weiß, das ist nur von Gott geschaffen, dann ist das etwas, was uns die Größe Gottes vor Augen hält. Auch die Farbenpracht, die es gibt. Gerade im Frühling, wenn die ganzen Blumen blühen und die Obstbäume blühen, ist etwas, was uns erfreut, was unserem Herzen gut tut. Auch so ein Marienkäfer, alleine mal sich hinzusetzen und mal die Punkte zu zählen, die er so auf dem Rücken hat. Das ist ein Wunderwerk Gottes, wie so ein kleines Tierchen. Funktionieren kann. Bei einem Panzer und das Leben kann, dass es funktioniert. Naja, diesen Zeitgenossen, den finden wir bei uns nicht so häufig, aber auch das ist ein Geschäft Gottes, was natürlich auch ein bisschen lustig ist, wenn man das so anschaut und beobachten kann. Und natürlich auch die Blumen. Und die Blumen faszinieren mich immer wieder, nämlich die Schönheit, die Schönheit der Blumen, der Rosen und aber auch der Duft der Rosen. Warum duften die? Ja, damit es uns gut tut, damit wir, damit es für das angenehme ist. Der Duft, die Schönheit und das Edle und natürlich auch die Zweckmäßigkeit. Und wenn man dann sieht, wie der Tau oder hier auch der Reif so oft auf einer Rose drauf sind, das ist etwas Schönes, ein schönes Bild. Gott möchte uns in der Natur begegnen. Und wenn wir die Natur sehen, dann sollen wir nicht die Natur anbeten, sondern wir sollen durch die Natur zur Anbetung Gottes, des Schöpfers hingeführt werden. Gott möchte, dass wir ihn in der Schöpfung sehen und dass wir ihm näher kommen. Und das ist gerade in der Natur, wenn wir rausgehen und über ihn nachdenken, dann können wir Gott näher sein. hat Jesus sehr viel getan, als er Jugendlicher war, dass er viel draußen war in der Natur und dadurch mit Gott Fiesprache hielt, innerlich mit Gott verbunden war. Markus 2, Vers 23 und hier sehen wir auch, dass er das auch später beibehalten hat, in der Natur mit seinen Jüngern zu sein. Da heißt es, an einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Gertreidefelder. Unterwegs rissen die Jünger Ehren ab und aßen die Körner. Und die Pharisäer sagten dann schon, das wäre wieder Übertretung des Sabbats, was natürlich das aber nicht war, denn so ein bisschen Ehren abraufen und essen, das ist natürlich erlaubt und war auch kein Mundraub. Aber sie sagten, naja, das Abpflücken ist schon Ernten und das Reiben und die Körner daraus holen, das ist dann schon Dreschen und das ist schon Arbeit, das darf man nicht. Aber ich denke so, das meint Gott nicht damit, dass wir keine Arbeit tun sollen, sondern es geht darum, dass man in der Natur draußen ist, dass man sich daran freuen kann, dass der Sabbat für uns Menschen gedacht ist, dass wir durch den Sabbat eine Freude im Herzen haben, Gott zu sehen, Gott zu erkennen, Gott zu loben aufgrund der Schöpfung, die wir vor Augen haben. Gott will dein Glück und Gott weiß, wenn wir uns über die Schöpfung freuen, wenn wir Gott loben über die Schöpfung, dass es uns auch wieder gut tut, dass es gut für uns ist, so etwas zu sehen und so etwas zu tun. Der nächste Punkt, Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Ein Tag der Befreiung, ja, nämlich, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Gott uns erlöst hat. Wir haben interessanterweise die zehn Gebote in der Bibel zweimal beschrieben. Einmal in 2. Mose 20 und einmal in 5. Mose 5. In 2. Mose 20 hatten wir am Anfang unseres Abends gelesen und da ging es darum, dass der Sabbat, Gott uns den Sabbat sagt, uns ans Herz legt, dass wir ihn halten sollen und dass wir ihn ruhen sollen mit der Begründung auf die Schöpfung. Aber in 5. Mose 5 haben wir eine andere Begründung. Die lesen wir jetzt mal. 5. Mose 5, Vers 12 bis 15. Den Sabbat sollst du halten, dass du ihn heilig ist, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht den Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst. Was ist die Begründung? Gott sagt, weil ich dich aus Ägypten befreit habe und deswegen sollen auch deine Angestellten, deine Knechte, deine Mägde, deine Kinder und alle, für die du Verantwortung hast, sollen nicht arbeiten. Wenn man also ein Geschäft hat, sollte man nicht sagen, okay, ich mache am Sabbat frei und ihr könnt hier weiterarbeiten, meine Angestellten. Nein, man sollte am Sabbat zumachen und auch die Angestellten, für die man Verantwortung hat, sollen am Sabbat frei haben. Das heißt, der Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Gott hat uns befreit und der Sabbat ist ein Zeichen dafür. Wir feiern den Sabbat als Zeichen der Befreiung durch Gott, dass er uns erlöst hat. Das ist übrigens auch am Sabbat interessant. Jesu Tod. Er ist am Freitagnachmittag gestorben und dann haben sie ihn begraben, am Freitagabend noch vor dem Sonnenuntergang und dann war er den Sabbat über und lag er im Grab. Den ganzen Sabbat. Sonnenuntergang, Freitagabend, Sonnenuntergang, Samstagabend und dann am Sonntagmorgen ganz früh ist er auferstanden. Das heißt, dass Jesus auch in seinem Tod den Sabbat gehalten hat, am Sabbat geruht hat im Grab. Deswegen, der Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Dass Gott uns befreit hat, ein Zeichen dafür, dass er auch heute noch uns befreien möchte. Er möchte uns befreien von Süchten, von Sünde und dass wir mit ihm leben und ihm ähnlicher werden. Gott will dein Glück. Er will, dass es dir gut geht und dass du befreit wirst. Befreit wirst von allen Bindungen, die es noch gibt auf dieser Erde und allen Süchten. Der Sabbat ist aber auch ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ja, manchmal ist es gut, wenn man in so ein Restaurant kommt, dann hat man manchmal, dass man irgendwie so einen Appetithatten bekommt. Das heißt, dass man dann irgendwo ja, so ein bisschen was zum Knabbern oder was zum Trinken bekommt, dass man schon Appetit bekommt auf das richtige Essen. Und so ist der Sabbat jetzt schon. Jeder Sabbat ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Wenn wir Gottes Nähe spüren und diesen Frieden im Herzen haben, ist das schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Ruhe und den Frieden im Himmel. Im Hebräer 4 heißt es, nach der guten Nachricht Bibel, folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor. Denn wer in die Ruhe Gottes geklangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so wie Gott ausruht von seinen Seinen. Wir wollen also alles daransetzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Niemand soll, nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab, durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. Ja, so sagt also hier Paulus, dass wir zur Ruhe kommen sollen. Aber die Ruhe ist erst zukünftig. Aber wir sollen jetzt schon, wenn wir den Sabbat halten, zur Ruhe kommen, als Vorgeschmack auf das, was dann auf uns zukommt in der Zukunft. Das heißt, er sagt, wir wollen alles daran setzen, dass wir zu dieser Ruhe gelangen, nämlich zu der ewigen Ruhe. Zu der Ruhe, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in den Himmel gehen und dann nachher auf der neuen Erde sein werden. Das wird fantastisch werden. Da wird es kein Leid mehr geben, keine Sünde, kein Geschrei, kein Schmerz, kein Teufel, kein Tod. Und das wird alles nur noch schön sein. Ja, und dieses neue, dieses Leben auf der neuen Erde, im Himmel, das ist etwas, was uns erfüllt, wo wir glücklich sind, wo wir ungetrübtes Glück haben. Und Gott möchte, dass jeder Mensch den Weg zu ihm findet und auch gerettet wird. Und Satan möchte uns davon wegreißen. Er möchte, dass wir nicht diesen Weg gehen. Aber deswegen hat Gott uns den Sabbat geschenkt, dass jeder Sabbat schon so ein kleiner Vorgeschmack ist, ein Test für das, was kommt. die Gemeinschaft mit Gott. Ja, der Sabbat ist aber auch ein Tag, hier habe ich nochmal zusammengefasst, diese sieben Punkte und der achte kommt gleich am Ende jetzt. Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe, ein Tag der Familie, ein Tag der Beziehung mit Gott, ein Tag der Freude, ein Tag der Natur, ein Tag der Befreiung und er ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das Letzte, gucken wir uns jetzt an, er ist ein Tag des Segens. An Gottes Segen ist alles gelegen und wir können diesen Segen erleben, wenn wir wirklich mit Gott leben. Gott will dein Glück. Und zwar, ich musste eine Erfahrung erzählen, und zwar, das war in einem der vorigen Bezirke und da hatten wir ein Offenbarungsseminar und da haben wir über den Sabbat gesprochen, so wie jetzt auch hier über den Sabbat. Und da waren dann zwei Ehepaare dabei, waren alle vier nicht auf den Tüsten, aber sie hatten Interesse. Die wollten auch getauft werden und sie wollten den Sabbat auch halten. Sie haben den Sabbat erkannt und haben den auch gehalten. Aber das Problem war, eine von diesen Vieren, die eine Frau, die war ein wenig älter, waren beide schon ein bisschen, also alle vier waren schon ein bisschen älter, aber sie waren so um die 60 Jahre rum. Und sie musste alle 14 Tage arbeiten bei C&A. Und sie hatte noch ein halbes Jahr zu arbeiten und dann wollte sie in Rente gehen. Und jetzt ging sie zu ihrem Chef, zu ihrem Personalschef und hat gesagt, ich möchte gerne Samstag frei haben, weil sie erkannt hatte, Sabbat ist Gottes Ruhetag. Und da hat er gesagt, tut mir leid, das geht nicht. Wenn sie Samstag frei kriegen würden, dann würden alle anderen auch frei haben wollen und dann gibt es nur eine Unruhe und es gibt ein Prinzip, dass samstags alle arbeiten müssen. Alle 14 Tage muss man arbeiten. Gut, dann ist sie zum Hauptchef gegangen und der hat das Gleiche gesagt, tut mir leid, wir können nichts für sie tun. Sie müssen am Samstag arbeiten. Und wenn sie nicht kommen zum Arbeiten, dann werden wir sie entlassen. Und das Problem war, dass sie noch ein halbes Jahr arbeiten musste, um ihre Rente zu bekommen. Wenn sie es entlassen werden würde, dann hätte sie keine Rente bekommen. Auf jeden Fall nicht die Rente, die sie ausgerechnet hatte, die sie brauchte. Das war die Frage, was tun? Es war also noch ein halbes Jahr, noch jeden zweiten Sabbat arbeiten bedeutet, ein halbes Jahr sind 26 Wochen, jeden zweiten Sabbat arbeiten heißt noch 13 Sabbate. Jetzt könnte sie auch sagen, okay, dann arbeite ich halt noch 13 Sabbate und danach lasse ich mich dann taufen und mache ernst mit Gott. Aber dann habe ich mit ihr gesprochen und habe gesagt, es gibt in der Bibel eine Geschichte von Daniel. Und als Daniel mit seinen Freunden nach Babylon gekommen ist, da hat der König ihnen all die ganzen Leckerbissen und Leckereien aufgetischt, die auch der König bekam. Aber alles ungesundes Essen. Und der Daniel, nicht nur ungesund, sondern auch nach der Bibel verboten. Unreines Fleisch und auch Alkohol und andere Dinge. Und der Daniel hat dann gesagt, nein, das esse ich nicht. Das war normalerweise eine Abweisung der königlichen Gunst. Und das war gefährlich. Er hätte auch damals sein Leben verlieren können. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Nur wegen dem Essen. Aber daran sieht man, er hatte sich vorher vorgenommen, das nicht zu tun, das nicht zu essen. Es heißt in Daniel 1, Vers 8, Daniel nahm sich vor an seinem Herzen, sich nicht zu verunreinigen mit der Königspeise. Das heißt, er hat eine Entscheidung getroffen, dass er Gott treu sein möchte. Ist egal, was es kostet. Und wenn es das Leben kostet. Aber die Treue zu Gott ist wichtiger als alles andere. Und dann hat er sich entschieden und dann heißt es, Gott gab ihm, dass der oberste Kämmerer im Gnädig gesonnen war, dass er zehn Tage den Test machen durfte. Und nach den zehn Tagen Tests sahen er und seine drei Freunde besser aus als die anderen allen. Gott gab es wieder. Und nach drei Jahren gab Gott es ihm, dass er auch klüger war als alle Weisen im ganzen Land. Gott gab es. Aber die Reihenfolge ist interessant. Er steht da, er entschied sich in seinem Herzen, das nicht zu essen. Und dann steht da, Gott gab ihm. Punkt, Punkt, Punkt. Verschiedene Dinge. Und so ist es auch heute, habe ich denn der Dame erklärt. Gott prüft uns manchmal. Er lässt Schwierigkeiten zu. Und dann möchte er, dass wir uns entscheiden, ihm treu zu sein. Dass wir ihm vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, dann sagen wir, Herr, ich weiß, du hast eine Lösung für das Problem. Aber Gott öffnet erst dann die Türen, wenn wir uns entschieden haben, treu zu sein. Nicht vorher. Das habe ich ihr dann erzählt so und erklärt. Und dann hat sie dann gesagt, gut, ich entscheide mich, dass ich samstags, sabbats nicht mehr arbeiten werde. Egal, was kommt. Und wenn ich meine Rente verliere, verliere ich meine Rente. Ich möchte Gott treu sein. Gott ist mir wichtiger als das andere. So wie Jesus sagt in Matthäus, Kapitel 6, trachtet du erst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das heißt, wenn wir nach Gottes Reich trachten, dann ihn an die erste Stelle setzen und die Prioritäten so setzen, dass das Wichtigste ist, dann wird Gott auch das andere alle uns zufallen lassen. Sie hat sich entschieden, nicht mehr zu arbeiten. Wir haben darum gebetet, dass Gott etwas tut. Es ging um den Sabbat. Das Thema heute. Es kann schon auch sein, dass manchmal eine Krise kommt. Und dann eine Woche später trafen wir uns wieder zum Seminar und dann kam sie und sagte, ich muss euch was erzählen. Sagte sie, letzte Woche habe ich mich ja entschieden, den Sabbat zu halten und nicht mehr zu arbeiten. Und einen Tag später kam der Personalchef zu ihr und hat Folgendes gesagt, Frau So und So, ich habe nochmal darüber nachgedacht, wo wir gesprochen haben, sie möchten gerne samstags nicht mehr arbeiten. Sagte er, offiziell kann ich ihn nicht freigeben. Das geht nicht. Dann möchten die anderen auch frei haben. Aber ich habe gesehen, sie haben nur noch ein halbes Jahr. Es sind noch 13 Samstage. Und ich werde es so einrichten, dass sie zwar auf dem Plan draufstehen, aber dass wir, dass sie jede Woche tauschen können oder alle 14 Tage tauschen können. Also es heißt, dass sie samstags nicht mehr zur Arbeit kommen müssen. Das heißt, er hat es von sich aus zu ihr gesagt. Sie hatte keine Möglichkeit mehr, keine Chance mehr gehabt, irgendetwas zu tun. Das war eine große Erfahrung. Ich bin überzeugt, hätte sie sich am Abend vorher nicht entschieden, gottreut zu sein, kostet es, was es wolle, dann wäre der Personalchef nicht am nächsten Tag zu ihr gekommen und hätte ihr das Angebot gemacht. Gott wirkte erst dann, wenn wir uns entscheiden, treu zu sein. Und so möchte ich auch sie aufrufen. Gott möchte uns segnen. Diesen Sabbatsegen können wir nur erleben, wenn wir uns auch entscheiden, treu den Sabbat zu halten. Wirklich, von ganzem Herzen. Und alles andere zur Seite zu tun. Und den Sabbat zu entlasten von all den ganzen alltäglichen Dingen. Gott will dein Glück. Gott will dich segnen. Gott will, dass es dir gut geht. Der Sabbat ist ein Tag des Segens. Deswegen, Gott lädt dich ein. Er lädt dich ein. Sage Ja zu ihm. Dass du ihm dein Leben übergibst. Denn der Sabbat an sich macht ohne Christus keinen Sinn. Aber mit Christus ist es alles. Weil Jesus diesen Tag mit uns zusammen gemeinsam verbringen möchte. Wenn wir Ja zu Jesus sagen und dass wir auch Ja zum Sabbat sagen. Er schenkt uns seinen Sabbat. Für uns Menschen ist er gemacht. Damit wir ein besseres Leben haben können. Ein erfüllteres Leben haben können. Wie entscheidest du dich? Es gibt nichts Schöneres, als mit Jesus zu leben. Jesus im Herzen zu haben. Und zu wissen, dass wenn Jesus wiederkommt, wir dann in die Ruhe des Himmels eingehen dürfen. Deswegen möchte ich sie einladen, dass sie ihr Leben Jesus ganz ausliefern. Alle Ecken des Lebens. Dass sie nichts zurückbehalten. Und eine ganze Übergabe an Gott bedeutet auch, dass ich auch sage, Herr Jesus, ich möchte gerne das tun, was du sagst, was du möchtest, was dein Wille ist. Ich möchte auch deinen Sabbat halten. Nicht den Sabbat halten, um dadurch erlöst zu werden. Nein, sondern weil ich dich liebe. Und weil ich dich schätze. Und weil ich weiß, dass der Sabbat ein Tag ist, der Gemeinschaft mit dir. Um dich besser kennen zu lernen. Um dich besser lieben zu lernen. Um mit dir Gemeinschaft zu haben. Ich lade sie ein, dass wir diese Entscheidung in unserem Herzen jetzt treffen. Und dass wir das zum Ausdruck bringen in dem Gebet, dass wir jetzt gemeinsam sprechen wollen. Ich lade sie ein, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, mehr als wir uns selbst je lieben können. Wir danken dir, dass du aus Liebe zu uns uns geschaffen hast, uns gewollt hast, uns erlöst hast durch das Blut Jesu Christi. Wir danken dir, dass du uns den Sabbat geschenkt hast. Denn Sabbat ist ein Tag der Gemeinschaft mit dir, der Ruhe, der Entspannung, der Familie, des Segens. Herr, segne du uns, segne du jeden Sabbat, den wir erleben, dass wir mit dir eng verbunden sind. Und hab du Dank dafür. In Jesu Namen. Amen. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren an diesem Abend, an diesen zwei Abenden über den Sabbat. Und ich würde mich freuen, Sie wiederzusehen am nächsten Sabbat. Denn es lohnt sich, den Sabbat gemeinsam zu verbringen und in Gemeinschaft mit Gott. Kommen Sie gut nach Hause. Bis zum Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung.